hallo mein lieben freunde und willkommen wieder zu einer weiteren folge let's play together mit den guten plex lp hier heißt der minecraft heißt der plex die 1990 und ja ich muss bevor wir an richtig anfangen erstmal was loswerden ihr wundert euch wahrscheinlich jetzt nichts weil ihr seht ja nichts aber ihr wisst ja viele microsoft hat ja mojang gekauft für eine millionen euro oder dollar milliarde dollar oder so oder euro keine ahnung eins und beiden und ja da wechseln die ja wollen wir uns jetzt ja lieben mojang accounts freunde über wechseln zu einem microsoft konto da ist ein bisschen was schief gelaufen deswegen habe ich andere sachen als gewohnt im winter denn ich schreibe mal kurz was hier ich meine jetzt sieht das auch hier in den errungenschaften der name der wache holi ich habe jetzt einen microsoft account aber nicht drüber gewechselt migrations mäßig wie es eigentlich sein sollte sondern war folgendermaßen ich habe versucht dass zu über das jungen account zum microsoft account zu wechseln bei guten plex die lp hat es geklappt das sieht man wenn man ihn einmal durch das bild läuft dass ein umhang hat weil die leute die erfolgreich übergewechselt sind haben von optifine bislang von mojang einen umhang bekommen aber wie ihr auf meinen rücken seht war ich zeig euch mal ich drücke mal die andere perspektive habe ich keinen umhang weil mojang also ich weiß nicht wie es genau warum es da genau schief gelaufen ist eigentlich das so man kriegt einen code dass man über wechseln kann 1910 das spiel verlassen ja 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 ich muss starten ja als guter kopfseite wieder rein ebenfalls da habe ich nur erklärt zeit und ebenfalls irgendwas ist das schief gelaufen ich habe diesen code nicht bekommen ich habe jetzt schon letzten paar tage noch mal auf mein e mail kommt wo ich mich bei mojang angemeldet habe geschaut ist nichts gekommen also ist da irgendetwas schief gelaufen ja jetzt war die frage auf minecraft verzichten das lpt abbrechen das let's play solo abbrechen und so weiter nie wieder minecraft streamen und so ja hätte ich mir erinnert dass man plan b und es gab einen plan b und es gab und es gab einen plan c plan b war das dass ich halt mir geld beiseite lege und mir das spiel selber wieder kaufe aber diesmal auf dem microsoft account wird abgeschmiert und ebenfalls dann habe ich einen guten kumpel in meiner seite gefunden oder schon kennengelernt und schon länger mich der gute essen und der kleine mann das ist ein kumpel von mir und der hat mir einfach das spiel noch mal neu geschenkt also deswegen heißt sie auch der wache holi weil das mein xbox gamertake ist wird aber bald umgenannt in diesen namen hier dann werde ich im minecraft sowie in youtube heißen holy diver 231 und auch auf twitch werde ich dann zu heißen ja und das ist jetzt die ganze geschichte deswegen ja habe ich auch das texture pack geändert und so weiter und so fort was ist eigentlich mit deinem minecraft los mag das nicht heute nicht oder wie ja ich habe das gefühl kommt eine crash meldung oder so dann liegt das dann liegt das an den texture pack ja da war irgendwas texture pack oder der aus das texture pack im menü geändert dann hat sich das nicht vertragen so es gibt aber auch wieder eine kleine änderung hier ihr seht wir haben hier türen drin wir haben hier eine uhr drin und ich habe für einen guten black stil p auch was mit seinen tieren angestellt das kann er euch jetzt mal selber zeigen geradeaus geradeaus und zwar habe ich offline das ganze ein bisschen thematisiert umgebaut die hühner haben zum beispiel hier wie man sieht dann sieht das sogar am stroh hier ganz gut da hinten ist ein eier drin ich habe denen nester da eingebaut dann für die kühe natürlich so traditionell wassertruck strohbein zum essen ein kleines stahl hinten wo sie sich hinlegen können dann sieht man hier die schweine die haben eine schlammsule da hinten dann haben sie paar karotten wo sie selber fressen rausflücken und fressen können und die schafe das ist das witzigste das ist sollte eigentlich so zwei tische darstellen weil hier sind so stufen drin und das ist halt auch schon wie so biffet dass sie sich so hinstellen können hier und hier einfach das gras fressen können so anders so hingelegt ja und das ist ein bisschen schwierig hier rein und raus zu kommen aber es geht schon so wie gesagt nicht böse nicht böse sein wenn ihr ein bisschen als anders ausschaut und so weiter und ich halte nicht mehr holy diver 666 seise ist als eigentlich auch nicht so schlimm aber was diese migra ich kann das wort nicht wirklich aussprechen also dieses umtauschen der kreation also das umtauschen der accounts liebes microsoft team liebes mojang team wenn ich jetzt einfach mal ganz höflich daran müsst ihr echt noch ein bisschen arbeiten weil ich bin nicht der einzige denen das passiert ist dass sein account nicht übergewechselten konnte weil irgendwas fehlgelaufen ist ich bin das sind schon noch mehrere die so durch solche probleme hatten so und ich habe heute vor allem ein lager weiter zu bauen wieso hast du doch schon vermehrt worden ja wird wieder nacht aber wie gesagt hier werde ich werde ich werde jetzt hier an mein lager weiter bauen das heißt ich werde das ganze hinten noch ein bisschen erweitern das soll mich ein großes lager werden die tun werden nicht hier so der richtung positioniert sondern die werden so in der längs positioniert dass wir mehr platz haben und die werden auch hoch gestapelt ich denke mal die decke wird so bleiben so viele truhen auf einmal brauchen wir auch nicht aber wenn dann schon schön so in der seite aufgereist dass man ordentlich einsortieren kann und nicht wundern ich erkläre ich mal noch eine sache warum ich jetzt meine stimme erhöht habe ist auch kein angriff oder sowas ähnliches der gute plexi hat die dumme eigenschaft leuten ins wort zu feiern das ist jetzt fichte und schwarzeichel ich habe schon wieder das links klick drauf kommt was dir was du hast das links klicks sind drum kommt wieder nein dass man links abbauen kann aber ja ja dieses blöde wo die schaufel werden wir jetzt aber erstmal hier oben hinsetzen dann machen wir uns bei stein ist die eisenexte sagen dabei ob es stein ist und den rest lagern wir hier rein oh wir haben schon zu viel bruchstein ja wir werden wahrscheinlich eine extra truhe machen für bruchstein aber erst später dort entlegen uns gehen was mal zu bett weil schon wieder dunkel ist da knall mit ich habe mir die was wie oft wisst ihr noch füttern lieber 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 plexi lp ja sind schon schöne tierchen die schweinchen und sollte jeweils eins ausbrechen wird es geschlachtet barbecue schlafens zeit so ich muss aber noch ich muss noch ein bisschen mehr holz holen klappt weil das wird hier nicht im lager wird das nicht reichen was in der truhe ist also ihr seht fichte ist ein bisschen nur da und schwarz ist noch da aber er braucht ein bisschen mehr wie oft ich mir jetzt die tür für die schnauze haue jetzt einfach mal der folge mit wie oft ich mir das jetzt schon angetan habe so und da es in der letzte in einer der folgen eine kleine keilerei zwischen mir und den guten flex die lp gibt und ich leider einer seiner hunde töten musste weil nämlich sonst nicht in ruhe gelassen hätte habe ich habe ich hier einen kleinen hunde zwinger erstellt das sind fünf wölfe drin und ich würde mal sagen dass du dir da knochen irgendwann schnappst und einen raus holst aber nur einen und ich denke mal ich würde mal versuchen ob man wilde wölfe trotzdem paaren kann versuchen kann man zwar wenn es nicht klappt dann machen wir halt alle zu hunde müssten wir in der truhe drin haben bei uns im eingang da bist du blind fisch dann gehe ich halt noch mal zurück brille putzen vielmann du willst du willst du willst du schon wieder provozieren oder martin lass es bleiben nur zu meiner verteidigung ich habe nur einmal geschlagen lass es bleiben ja weil dieses dieses mal diesmal würde ich die szene wirklich raus schneiden weil das kindergarten ist ohne die ohne knochen ohne knochen erstmal ja es funktioniert ohne knochen siehst du die vermehrt sich die die fest nicht keine vermehrung möglich wenn sie nicht abgehört du kannst sie locken damit aber vermehren geht nicht aber sie gucken wie sie gucken wie jetzt auf einmal sie fressen sie fressen aber vermehren kann sie nicht ja okay kannst du damit locken aber sonst er dass das ist doch das hätten sie schon einführen können dass man die hätte so verteilt vermehren können das ist ja bescheuert aber du nicht alle ich will ja schließlich auch noch einen hund haben ja ja ich habe erst mal nur zwei gemacht dann hol dir raus und dann lass die auf aufbauen normal gehen und über die porten sich doch sowieso zu dir dann so ich versetzen hier zwei noch nicht jetzt mal holz fällen jetzt kommt es ja der einer ist ja schon draußen und nochmals verinnerung für die leute die jetzt gerade erst in diese folge reingeschaltet schaltet 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 haben erstmal schöne grüße an euch schön dass ihr euch für dieses let's play together interessiert es bildet sich auch für die leute die bei einem guten plexi lp per zuvor eingeschaltet haben diese folgen kommen immer dienstags vorher war es montag freitag aber dadurch dass ich ein etwas größeres projekt gestaltet habe das sehr viel zeit beansprucht außer ich produziere natürlich vor muss das jetzt auf dienstag immer sein und das ist glaube ich nicht so schlimm für einen guten plexi lp und ich wundere wenn ich ihn ab und zu mal bei seinen richtigen namen er darfst du natürlich auch aber er tut es wahrscheinlich nicht er wird wahrscheinlich mich weiterhin holi nennen und keine ahnung ich glaube das war das sven kirche schöne grüße an dich hier an den kann ich mich an dich kann ich mich auch noch ganz gut erinnern lieber sven kirche du hast mich nicht immer holly genannt statt holi das gibt es wirklich ja den habe ich auch schon mal angeschaut aber zum glück heiße ich ja nicht holi lp sondern holi da war 231 ich meine man kann es sagen wir so was dieses nix gegen die leute die das jetzt machen ja bevor jetzt jemand sich sagt hey aber mir fällt es immer auf dass viele leute sich entweder tv nennen oder lp oder sowas was gibt es noch das ist das ist eigentlich das häufigste was ich immer lese lp oder youtube also die abkürzung von youtube das jt und so weiter ich sage mal so wie gesagt ich habe echt nichts dagegen den leute sich so nennen aber ganz ehrlich es kommt mir halt immer halt immer so rüber als würdet ihr eure zuschauer für für dumm halten wenn die ich meine die gehen auf euren kanal das ist ja logisch ist ja youtube also bräuchte man sich nicht jt nennen und dann das lp ich meine es übrigt sich auch wenn die leute auf euren kanal gehen und sehen ihr macht let's place dann übrigt sich das eigentlich was das tipp was das tv ich weiß nicht vielleicht ist es einfach nur so ein gag dahinter sich so darauf tv zu nennen ja ich glaube das kommt zu twitch zeiten ja so richtig auf weil wahrscheinlich viele gemeint haben hey das ist ein stream als wird das live vertragen erko sind wir ein fernsehsender weil wir nicht weil das übertragen ist ja das geht halt darum wenn wenn man halt wirklich ein fernsehsender ist dann muss man halt wirklich diese rundfunk lizenz bezahlen das wort habe ich gesucht das thema hatten wir auch allgemein längere zeit in twitch weil die landesmedienanstalten auf die schnapps idee gekommen ist und das war wirklich eine schnapps idee das ist jetzt meine persönliche meinung die lasse ich mir auch nicht verbieten oder so auf die schnapps idee gekommen ist hey wir machen das irgendwann jetzt so dass jeder streamer eine rundfunk lizenz bezahlen muss weil er ein fernseherkanal ist also haltet mich für blöd aber ist nicht ein fernseherkanal eine komplette firma eigentlich also wirklich mit gebäude mit satellitenschüsseln draußen zum übertragung mit einem fernseherstudio mit kameras und so weiter und so ein kleiner bereich mit bildschirmen wo dann serien und so weiter ausgestrahlt werden und filme und dokumentationen und nachrichten und alles pipapo und ein stream ist halt einfach nur einer da hockt einer sowie ich oder der gute black steel p am pc und überträgt einen live stream eine live übertragung von einem videospiel klar es gibt auch leute die übertragen live ein fußballspiel oder sowas was ja eigentlich nicht so erlaubt ist ohne lezenz nee ich meinte schon die richtigen fernseherdinger die das machen und ebenfalls klar das ist auch sowas wie eine live übertragung aber mit einem kleinen feinen unterschied dass wir was wir machen videospiele übertragen das sind keine echten personen oder ähnliches das sind programmierte gezeichnete spielfiguren klar wir zeigen uns per webcam aber dass das geld nicht ich meine ihr könnt ihr in diesem video unter den kommen also nicht in diesem video sondern unter dem video in den kommentaren bei mir und beim guten black steel p der immer wieder verlinkt wird bei mir so wie ich bei ihm in die kommentare schauen was eure meinung dazu ist auch wenn das schon alter schinken schon langsam ist und ganz ehrlich ganz ehrlich wir youtuber und wir es und streamer können von glück reden und ich betone von glück reden dass die meisten in videospiel entwickler endlich auf den trichter gekommen sind das was wir machen für sie kostenlose werbung ist ich habe und ich betone auch noch dazu dass viele meiner bekannten und meiner zuschauer und meine freunde wegen meiner let's plays oder wegen meinem stream sich das spiel gekauft haben weil das ja werbung war auch ist für das spiel und das war das gleiche resonanz war auch schon beim black steel p dass sich leute sich die spiele gekauft haben was er gestreamt hat oder let's play hat also mein kraft haben sich wie so viele schon gekauft nicht nur wegen ihm sondern auch wegen anderen aber ihr versteht was ich meine so ja ich komme wieder rein weil es schon wieder fast dämmert da dämmert mir doch ist gut ja aber es hat wirklich so ein satz aber mir ist was eingefallen mir ist was gedämmert so die stöcke die mir übrig bleibt schmeiße ich hier mal rein jetzt bruchstein kann ich auch hier reinschmeißen habe ich auch platz die wichtigen setzlinge wir sagen wir mal die fichten setzlinge ok weil die beschüssigen bäume ganz ehrlich bevor wir die laber reinschmeißen was du da machen ich wollte schon sagen ja ich er sagt zu mir ich habe die schnauze voll vor dir du kriegst mich jedes mal du schlägst mich du hast das nicht was ich tue ich ziehe du bist böse was meine hunde dass mein hund angegriff ich ziehe ein soll das soll das bedeuten du bist dir von deinen hunden an die kokosnüsse nuckeln lassen eine großen behaarten kokosnüsse komm lass uns mal schlafen du du hunde flüsterer du man muss ja auch mal was zum lachen reinbringen in dem video und jetzt muss ich absolut das ab 18 stellen danke soll ich immer ein kleines hand fäckchen von mir erzählen ich tue jedes meine videos ab 18 stellen kommst du jetzt oder muss ich erstmal an kotzen deine hunde können froh sein dass ich keine lava gekotzt habe weil er sich als angriff zählt so der herz kommen sie aber hier rein die folge ist vorbei dann muss ich dich jetzt schon mal schon nicht mal an muss ich dich jetzt auch schon die leine nehmen ich muss dich hier rein nehmen du kleiner besser junger du kleider perverse junger ach so und richtig und damals möchte ich mal was testen geht das eventuell ja okay dann müssen wir noch bei muss man noch ein händler irgendwann kommen ich habe jetzt zwei der wölfe angebunden und wir haben eine katze hier ja sobald hat er gut ja wer hat ja du hast du eine angel daher in deiner in deiner truhe hast du die an die decke und dann war es das aber jetzt nicht jetzt habt ihr das gleich lang gesehen mehr will ein bisschen fleisch kann da sollte man was erzählen kleiner fun fact in dp db kraft der weg was sie gerade nutze sind das keine menschen villager sondern weißkopf adlert menschen wir mussten ja sich wieder vermehrt die herren das sitzt dann würde ich mal sagen wir stellen uns wieder hierhin freunde ich glaube ich bin traditionell immer hier am glas hinstellen ja so meine freunde dann war es das jetzt für diese folge wieder ich hoffe es hat alles geklappt bei bei beiden bei mir und bei und wenn ja wie gesagt der meinung rundung lizenz und etc eure meinung in die comments wenn ihr wenn es euch gefallen hat lasst den video daumen nach oben da und wenn ihr nichts mehr alles nicht mehr verpassen wollt lasst uns ein abo da und aktiviert die glocke damit jetzt auch nicht verpasst ciao Tschau. Tschau.